Hey! Herzlich Willkommen zu einem neuen schönen Scheiße von Let's Play Megaman 3. Ja, ich hab hier so Bock. Ich weiß nicht, aber die Waffe gegen diesen Hurensohn. Wetten, dass es schon wieder dieser Laser ist. Ich bring was um, wenn es wieder der Laser ist. Ach du Scheiße, auch noch der. Crash Man. Nein. Auf keinen Fall. Oh Mann, dieser Laser sagt wohl so ohne Ende. Ich brach dir einen über. What the fuck? What the fuck? Die Taste ist da drin hängen geblieben. In meinem Controller. Das zeigt natürlich, dass meiner wirklich sehr viel wert ist. Du, 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 du. Äh äh äh. Punch dich! Ouhh. Punch dich! recht okay wir kommen so langsam voran so langsam ja ich genehmigen nachher ein glas whisky cola ich darf das ich will das wie viele leben und versuch es ist wert ich habe mich jetzt töten lassen weil du da reingeflogen bist du blöde hurren nutte dankeschön mag dich auch du dumme nille ist das herrlich ich liebe diese hurenmusik so alter das ist doch nicht schwer da ist mein kontrolle runtergefallen mann weil ich wieder so ausschlippen wenn man das kann aber auch nicht hallo man hat mit jens müßig geschissen du dumme nutte dummes nutten kind deine mutter war die frau von adolf hitler und dein vater war fucking kim jongen jungen und man ist da wieder aus blöder bruder mit downsyndrom auch noch mit extra starken downsyndrom weil ja da kim jongen und schon fucking downsyndrom hat hilf doch nicht einfach in die stachel rein das ist einfach schaut euch mal die scheiße an mann mann ich bin doch nicht hier reingekommen um mich einfach umzubringen ja noch mal stage select tolle scheiße dass ich den scheiß dabei auswählen darf und doch mal diese schöne fragezeit ansehen darf dankeschön ach du meine güte man es kotzt mich wieder an ich bin nicht ja dieses behinderten stahl gekommen ha mann hier wunderschön da alter du kannst mit den billen lecken sag mal wo sind wir denn hier ja leck mich doch fick dich alter wo sind wir denn hier bitteschön ja lutsch mich komm oh ja ich hasse diese plattform so derbe genau deswegen kann es mal wieder hell werden toll da ist auch noch ein abgrund gehst du da wohl hoch junge scheiß kack slowdowns ich würde irre ich würde so irre er ist doch auf dieser scheiß plattform gelandet sag mal was hast du für probleme du blöde papst willen lecker wie viel leben haben wir eigentlich 0 ich bin so gut davor bis drei stunden dieses beknackte spiel für wen mache ich das zum glück war ich das auch zum teil für mich mann der hat dich aber einsatzweise diesen kackstacheln berührt warum sind die überhaupt instant kill hallo habt ihr zu viel gras gerauchte blöden kacknutzen von spielherstellern alter was geht in euch ab meine güte oh ja schön oh ja klar das hat mich auch so getroffen der wichser kommt noch einmal der ist auf dieser scheiß plattform gelandet hallo mann alter ich bin ja so am verrückt werden es ist zum glück noch nicht so schlimm wie fucking wächst der doch ein du Huren super mario kart da hatte ich nämlich nach zwei stunden schon kein bock mehr drauf und auf das hier habe ich minimal noch bock drauf das ist das schlimme toll jetzt taucht der arsch friede oben auf oder auch nicht gutes himmlisch danke dass du da runter gesprungen bist du dumme nutte alter geht da jetzt hoch junge was ist mit dir heute los alter ich erleb's nicht hallo hallo was ist denn das für ne scheiß stage alter da wächst wachsen mehr titten und ne mösel dummes nillen kiddie boah man wo sind wir denn hier klar ich hab diesen scheiß stachel berührt wie deine mutter einen fucking wie fucking kubelbecks klein schwanz komm geh sterben junge ne ich brauch wieder ne kleine pause ciao ciao auf wiedersehen leute alter alter man sagt das game die 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 die